Servus. Heute machen wir ein Double Feature. Wir haben hier von Alyssa Ashley, klassisch, das Musk. Kennt vielleicht der ein oder andere. Davon gibt es auch diese großen fetten Bodylotions und Duschgels. Und dann habe ich auch noch Essence de Patchouli. Könnte spannend sein. Fangen wir mal an mit dem Klassiker, das Musk bei Alyssa Ashley. Irgendwie groß. Hä? Hallo. Das ist so minimalistisch. Weird. Ah, das ist so ein Hauch von einem Hauch von einem Hauch. Und ich nehme es gerade gar nicht wahr. Sorry. Ah, der sollte mehr knallen. Essence de Patchouli. Der wird so schaumig. Könnt ihr das sehen? Interessant. Ich habe nie gesehen, dass ein Duft so etwas macht. Alkoholisch fast schon irgendwie. Hat was von einem gärenden Fass irgendwie. Nee. Ja. Nein. Die Dürfte sind strange.